Hallo und herzlich willkommen zu dem 22 Fakten Video über Gigaplex. Ja, also über mich. Wie ihr richtig bemerkt habt in den letzten Tagen, gibt es über mich noch kein 22 Fakten Video. Warum auch immer, weiß ich nicht. Irgendwie verplant, keine Zeit gehabt. Ich weiß es nicht so genau. Das wollte ich auf jeden Fall direkt nachholen, weil ich meinen Zeitplan und meinen Terminkalender kenne. Und der sieht nicht so gut aus in der nächsten Zeit. Na gut, dann wollte ich mich heute hinsetzen und das direkt mal abhandeln, damit ich es auch gemacht habe, weil ich jetzt gerade Zeit habe. Und habe festgestellt, ach du Idiot, du hast deine Kamera natürlich letzte Woche erst kleinen Tanne ausgeliehen. Hm, doof, kannst du kein Video machen. Dachte ich mir, na gut, musst es aber trotzdem machen. Also das Ganze nur als Audioaufnahme. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich werde allerdings einige Dinge dann so als Bilder einblenden, das heißt, damit man trotzdem was zu gucken hat. Und wir fangen doch mal direkt an mit meinen 22 Fakten. Fakt 1. Name. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, Gigaplex ist nicht mein richtiger Name. Mein richtiger Name ist Kevin. Und den Namen habe ich erhalten, bevor das Zeitalter des Kevinismus einsetzte. Ja, das sollte vorher noch mal klar sein. Da komme ich aber gleich noch mal drauf zurück. Der Spitzname Gigaplex oder mein Nickname, den habe ich mir aus einer Buchreihe rausgesucht, aus der Generation Future Buchreihe von Andreas Schneider. In dem geht es darum, dass ein großer Computerkonzern eine Art Freizeitpark entwickelt hat, in der Technik und Natur miteinander verknüpft und in einer perfekten Symbiose existieren sollen. Und dieses Unternehmen, das das Ganze in Gang gesetzt hat, heißt Gigaplex. Und da habe ich mir dann, weil ich das Buch damals so toll fand, habe ich mir dann diesen Namen rausgesucht. Fakt 2. Alter. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin älter als der Kevinismus. Der Kevinismus hat 1991 eingesetzt, als der Film Kevin allein zu Hause anfing oder in die Kinos kam. Ich selber bin jetzt zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und genauer gesagt am 30.12.1988 geboren. Fakt 3. Größe. Das variiert so ein bisschen, je nachdem, ob wir morgens oder abends haben. Morgens bin ich in der Regel so 1,87 groß, abends dann so 1,85. So in dem Bereich schwanke ich immer rum. Fakt 4. Haarfarbe. Ja, meine Haarfarbe ist eigentlich recht einfach. Das ist einfach nur braun, habe ich mir noch nie gefärbt. Ich glaube auch nicht, dass ich das jemals tun werde, aber man soll ja nicht den Tag vor dem Abend loben. Schwierig heute zu sprechen. Egal. Aber mal sehen. Ansonsten sind sie meistens kurz, ist praktischer. Sind wir damit durch. Fakt 5. Augenfarbe. Das ist gar nicht mal so einfach. Also ich würde das Ganze so ein grün-blau nennen, eher stärker grün. Hat allerdings noch so einen weißen Stich und sieht insgesamt so irgendwie, meine Freundin nennt es Krokodilschuppen-mäßig aus. Ich werde hier mal ein Bild einblenden, einfach mal um das Ganze so ein bisschen zu zeigen. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild darüber machen. Fakt 6. Lieblingsmusik. Uh, das ist auch so eine Sache, die Lieblingsmusik. Früher definitiv Symphonic Metal. Und zwar auch genau Symphonic Metal. Natürlich mit einigen Auswucherungen in andere Metal-Richtungen. Aber hauptsächlich Symphonic Metal, besonders Nightwish. Ich bin ein großer Nightwish-Fan. In der Zwischenzeit geht es mehr Richtung OSTs, Soundtracks von Filmen, Serien und Animes, die ich gerne gucke. Das ist das, was ich momentan sehr viel höre. Fakt 7. Lieblingsessen. Das ist eine einfache Antwort. Alles, was meine Freundin kocht. Fakt 8. Job. Ja, ich bin, äh, also das ist eine Frage, die ich oft gefragt werde, weil das viele irgendwie nicht glauben wollen. Aber ich bin Soldat. Ja, ich bin Soldat. Genauer gesagt bin ich Offizier. Momentan im Dienstgrad eines Leutnants. Und das Ganze bei der Artillerietruppe. Fakt 9. Hobbys. Ja, Hobbys habe ich auch einige. Das ist natürlich zum einen hier dieses Ding, was hier jetzt gerade läuft. So auf diesem Kanal. So mache ich ab und zu mal was, wenn ich denn Zeit dazu habe. Wie gesagt, es ist nur ein Hobby. Deswegen nicht regelmäßig. Auch wenn ich es gerne machen würde. Ansonsten gehe ich noch liebend gerne klettern, Fahrrad fahren oder schwimmen. Fakt 10. Traum. Oh ja, mein Traum ist es definitiv, irgendwann mal ein eigenes Haus zu besitzen. Das ist mein Traum. Fakt 11. Dinge, die ich hasse. Ja, was ich über alles hasse, sind unzuverlässige Leute. Das heißt, wenn ich Dinge plane oder Dinge mit Leuten plane und die einfach nicht eingehalten werden, die Zeit nicht geschafft werden, wenn man irgendwas vereinbart hat, sowas hasse ich wie die Pest. Fakt 12. Dinge, die ich liebe. Ja, natürlich liebe ich meine Freundin, aber ansonsten, was ich wirklich liebe, sind Stimmen. Ich bin so ein kleiner Stimmenfetischist. Also das ist wirklich schon verdammt wichtig für mich, dass mir Stimmen gut gefallen. Fakt 13. Meine Tätigkeiten bei Apple Warp Pictures. Ja, neben den offensichtlichen Schauspielern, wozu ich leider nicht mehr komme, bin ich ansonsten sehr viel im Hintergrund zuständig. Das heißt, ich organisiere Dinge, spreche Dinge ab und sowas. Das liegt allerdings einfach auf der Entfernung, die sich aufgrund meiner Arbeit in der Zwischenzeit ergeben hat. Da ich nicht mehr in Hagen und Umgebung wohne, sondern in der Zwischenzeit in Hamburg, ist das mit dem mal eben vorbeifahren und was zusammen drehen nicht mehr so einfach möglich. Finde ich persönlich sehr schade. Ich würde es liebend gerne viel häufiger tun. Ja, ist leider nun mal so. Wird allerdings auch nicht ewig so bleiben. Ich denke mal, so in ein paar Jahren wird sich das Ganze wieder bessern und dann werde ich auch wieder häufiger hoffentlich in den Filmen zu sehen sein. Fakt 14. Beziehungsstatus. Mein Beziehungsstatus ist simpel. Vergeben. Fakt 15. Meine Lieblingstiere. Meine Lieblingstiere sind definitiv Katzen. Und das ist tragisch für mich, weil ich seit meinem 21. Lebensjahr eine Katzenallergie entwickelt habe. Beziehungsweise nicht nur eine Katzenallergie, sondern im Prinzip gegen alles, was Haare hat und lebt. Erst mit meinem 21. Lebensjahr vorher war ich absolut vernaht in Katzen. Seitdem kann ich mich diesen Super-Tieren leider nicht mehr zuwenden. Und das ist wirklich dann mit heftigen allergischen Reaktionen die Folge. Was mich persönlich sehr ärgert. Fakt 16. Lieblingsspiele. Ja, wenn es hier um PC-Spiele geht, Lieblingsspiele muss ich definitiv sagen. EVE Online. Ein super Spiel. Super Sandbox. Man kann einfach alles machen und super Meta-Game. Also nicht nur das, was man im Spiel macht, sondern auch noch alles, was drumherum passiert. Einfach super. Das ist definitiv mein Lieblingsspiel. Ansonsten mag ich momentan auch sehr gerne die ARMA-Reihe. Fakt 17. Lieblingsfilme. Diesen Punkt würde ich gerne ändern. Und zwar in Lieblingsserie, weil ich nicht so der Filmgucker bin, sondern vielmehr der Seriengucker. Und da werde ich dann als meine Lieblingsserie definitiv sagen, dass es Star Trek Raumschiff Voyager ist. Fakt 18. Vorbild. Ja, das ist gar nicht mal eine so einfach zu beantwortende Frage, weil ein direktes Vorbild, wo ich sage, genauso wie die Person möchte ich sein, habe ich nicht. Es ist mehr so, dass aus vielen Leuten einzelne Veranlagungen oder einzelne Verhaltensweisen ich mir zum Vorbild nehme und daraus mir ein Gesamtes baue. Das wären aber zu viele Leute, um die aufzulisten. Und es ist jetzt auch keine Priorität oder besondere Wertung der Einzelpersonen gegenüber, weshalb ich hier jetzt keine Auflistung machen werde. Außerdem ändert sich das auch immer mit der Zeit, je nachdem, welche Ziele ich da momentan verfolge. Das passt sich wirklich nach meinen momentanen Zielen immer an. Fakt 19. Lieblingsspruch. Ja, mein Lieblingsspruch ist leider ein Spruch, den man nicht so häufig verwenden kann. Und auch nur in einer bestimmten Situation, nämlich während der G36-Ausbildung bei der Bundeswehr mit neuen Rekruten. Da hat man dann so einen roten Laserpointer in der Hand. Während die Leute oder die Rekruten halt eben dann mit ihrem Gewehr am Hantieren sind, richtet man diesen Laserpointer auf den Boden. spricht den Rekruten an und sagt ihm, Herr Soldat, Sie haben da Ihren Reflexpunkt verloren. Ja, jeder, der bei der Bundeswehr war oder sich ein bisschen mit Waffen auskennt, weiß, warum das lustig ist. Wenn die Leute dann nach diesem Reflexpunkt greifen. Fakt 20. Besondere Merkmale. Ja, ich habe kleinere, besondere Merkmale. Einmal habe ich eine Narbe auf der Stirn, die von meinem zweiten, ich glaube ungefähr zweiten Lebensjahr herrührt. Da bin ich dann beim Rumlaufen in der Wohnung über ein Stromkabel gestolpert und mit der Stirn direkt an so einen Vorsprung von einem Schrankkante aufgeschlagen. Ich habe mir die komplette Stirn aufgeschlagen. Diese Narbe habe ich noch. Zum anderen habe ich aus einem Unfall von meinem zwölften Lebensjahr, bei dem ich auch fast gestorben wäre, noch eine ungefähr 20 Zentimeter lange, ziemlich dicke Narbe einmal quer über meinen Bauch. Mit so lustigen Punkten daneben an, das ist, weil mir diese Wunde zu getackert und nicht zu genäht wurde. Und das sieht man dann da halt noch. Das sind so meine besonderen Merkmale. Fakt 21. Lieblingsanimes. Ja, da kann ich doch mal meine Top 3 direkt aussprechen. Top 1. Definitiv. Klarnat. Top 2. Im Prinzip alles, wo Saber drin vorkommt. Also sei es jetzt Fate Zero, Fate Stay Night etc. Und momentan Punkt Top 3 ist Golden Time. Fakt 22. Ja, ist schon der letzte Fakt. Das ging ja schnell. Lieblings Internetseiten. Ja, meine Lieblings Internetseite ist momentan neben natürlich YouTube, so wie das bei jedem sein sollte, noch die Internetseite von Gruppe W, sowie die von meiner Corporation bei Eve Online, aurora-armaments.de. So, ich hoffe, dieses 22-Fakten-Video war informativ für euch und konnte somit euren Ansprüchen genügen. Falls nicht, tja, Werbfakten gibt es nicht, zumindest momentan nicht. Vielleicht wird das irgendwann mal aktualisiert, erneuert mit anderen Fakten. Falls ihr noch mehr wissen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und überlege mal, wenn sich da genug ergibt, ob ich nochmal das 22-Fakten-Plus-Video mache. Bis dahin, fly safe. Ach ja, das war übrigens auch einer meiner Lieblingssprüche. Fly safe. Fly safe. Fly Fly safe. Fly safe.